Check your boobs, check your body, like this. Go your life, you motherfucker! Meine Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen in München. Ich bin heute euer Käpt'n und wir sind bei TheSamanAMXLITUATION in München. Mein erster Major Projekt, so ein großer größeres YldiB habe ich das Ganze genannt. My heart then stayed in nearly 14 Billion years ago, expansion started way. The earth began to cool, the earth was began to do the end. The thoughts developed tools, we built a wall, we built a pyramids. Math, science, history unraveling the mystery and all started with a big gang. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Ein neues Monat, ein neues Video. Wie gewohnt, wir ziehen durch! Leute, es ist Samstag und das heißt LITUATION. Heute haben wir zwei Gast-DJs hier, DJInnen, sorry. Sagt man das so? Ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Und zwar aus Italien zwei Zwillinge, Polly und Pammy. Wir fahren jetzt in den Club, wir sehen uns gleich im Club. Sheriff Elmechanica. Fast and the Furious, er hat diese Autos aufgemotzt. X7 mach ich auch. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Ich glaube, ich hätte ihn bekommen, ich hätte ihn auch gelogen. Man, wir haben ihn einfach. Ich habe Options. Der Conor, der hat Options. Ja, das war's eigentlich. Was jetzt? Da muss noch einer drauf kommen, oder eigentlich? Schwer, schwach, nicht schwer, schwach. Schwer und schwach. Ich bin schwer, er ist schwach. Schwach und schwach. Du, was Devis ist. Schwer, schwach, schwach. Schwer, schwach, schwach. Schwer, schwach. Schloch,orial life, we are a motherf**ker! einen wunderschönen tag heute wieder mal einer der besonderen tage und zwar hat heute bobby geburtstag wir gehen dann später was essen aber davor muss ich mir bobby ein geschenk besorgen ich weiss schon was diese puppen ich weiß nicht mehr wie die heißen mit diesem riesen kopf die gibt es anscheinend bei müller jetzt tippe ich schnell zu müller und schaue ob ich da irgendwas ergattern kann so wir waren bei müller und haben uns für den hier entschieden so man sagt auch ich bin der beste geschenke einpacker auf der ganzen welt man sagt es ob stimmt ist die andere frage ich beweise so ich bin zurück papa ist zurück in der schlau Happy Birthday! Open the door! Du gibst Blumen von mir. Weil Männer so sechs Blumen sind. Nein, du hast recht. Vielen Dank. Das sehe ich jetzt auch Männer wollen. Schau, Baby. Wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber schön. Happy Birthday! 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 Viel habe ich gar nicht zu sagen, Leute. Ich habe auch schon einmal gedübelt. Gibt es auch nicht viel zu sagen. Vielen Dank fürs Kommen. Ihr wisst bescheid, ich liebe euch über alles. Wir nehmen dich ab! Das ist ein sehr schönes Haus. Wenn man sich ein bisschen weiter wegstellt, ist hier wirklich toll, auch dieses Gebäude. Ich weiß leider nichts genaueres darüber. Außer das... Bitte folgen Sie mir! Nein, ich habe keine Ahnung, wo wir hingen. Was geht, was geht. Wir sind unterwegs heute. Dieser Herr hat bei Red Bull heute ein Auftritt und wir begleiten ihn natürlich. Teuer sind wie immer. Wenn du diesen Block aufnimmst, können wir die Hilfe der Aufnahmen wieder streichen. Nein! Ja! Ey! Every mission muss pure sein! Bauti! 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 was für eine crazy nacht ich glaube es war die beste straßenbahnfahrt meines lebens und das bedeutet schon was weil ich hasse ich würde sogar aufs klo mit dem autofahren gestern abgerissen die straßenbahn komplett fast schon zum entgleisen gebracht und heute geht es weiter heute erstes mal dieses jahr brunchhaus ich freue mich schon so sehr drauf ich fahre jetzt mal hin kurz soundcheck machen neue boxen sind angekommen alles mögliche und danach am abend geht die party richtig los ist denn erstes mal brunchhaus und zerreißen wir zerreißen wie wir es gebrot sind jedes mal aufs neue eine wunderschöne Guten Morgen, es geht ab nach München. Wir sind da, nach einer langen Busfahrt. Ich fand es nicht mal so schlimm, muss ich ehrlich sagen. So, endlich angekommen hier in München. Jetzt erstmal ins Hotel einchecken, mal frisch machen. Und dann später am Abend gehen wir mit den Jungs von Semanae essen. Ich bin schon gespannt, wie der Abend generell wird. Wir sehen uns gleich. So, die letzten Vorbereitungen noch. Gleich gehen wir dann essen. Oh, Johann ist schon da, oder was? Pies, Stefan. Pies, Stefan. Das Essen war super. Und jetzt habe ich meinen Text vergessen. Er hat seinen Text vergessen, das Essen war super, die Standbeam waren gut. Jetzt kommen wir an den kritischen Punkt. Und jetzt... Es ist alles. Meine Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen in München. Ich bin heute euer Käpt'n und wir sind bei der Semanae MX Lituation in München. Das Wetter ist wunderschön. Die Stadt ist wunderschön. Ich bin wunderschön. Ich hab Bock. Let's go. Es wird wunderschön, oder? Sie sagten, es wird wunderschön, oder? Also, we're still outside, baby. We're still flying, baby. And we're still flying, baby. And we're still flying, baby. And guess what? It's about to get hotter. Girl, that's all you need. All I want is you. You're my sherry. My sherry. Hey. Hey. Deine Stimme ist auch interessant, aber eher so für die Lärmforschung. So, wir checken jetzt aus. Der Abend gestern war ein voller Erfolg. Das Lustigste an der ganzen Geschichte ist, dass die Kasse bei mir zuhause liegt. Ich hab grad Spießdruck. Das heißt, wir kommen um 19 Uhr an oder um 20 Uhr. Das ist wunderschön. Das heißt, es wird ein Uber-Volet. Oh, das sind doch keine Tiere, man. Das nervt mich ab, normal. Einfach zwei Stunden Verspätung. Erstmal machen wir es 15 Minuten, dann 45. Genau unser Bus. Jeder Bus wird seit der Zelten. Genau mein Bus, zwei Stunden 15. Ich fische eine Mutter. Immer ich. Immer ich, ich weiß. Volle tägliche. Why always me. Why always me? Masi Anwar. Ja, ich weiß. Ist das ernst? Das ist so stark! 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 Auah, Mann! Du bist dran! Er macht einfach nur eine X und sagt, du bist dran! Hallo, hallo! Da reingrebeide! Feuer, Feuer! Ah, wie ist das für die Kamera? Nein! Ich bin ein Gottloser Typ Das ist so stark wie Dresk. Was ist so stark? Spott die Unterschiede! Spott die Unterschiede! Wohl, Herr Lager! Wohl, Herr Lager! Wohl, Kupi in den Atmen! Fuck! Willst du es noch schauen? Nein! Wir sind wieder da, wo wir gestern gestartet sind. Da wurde Massi angeschissen. Ja stimmt, übrigens, Massi wurde am Anfang dieser Tour mal angeschissen von einer Taube. Das war's von der Reise. Wir sehen uns heute am Abend wieder bei uns bei LITUATION. Bis dahin, Peace. Wir sehen uns. Endlich angekommen, kurz gepennt, Kräfte getankt und jetzt geht's weiter. Es wird uns keine Pause gegönnt. Die Partys müssen laufen. Die Leute wollen Entertainment haben und dafür sind wir da. Wir sind gleich im Club. Und dann schauen wir mal, wie es den anderen geht. Die Jungs sind auch alle komplett am Arsch. Aber wir ziehen dennoch durch. So, die Übeltäter sind hier. Bruder, geh weg mit deinem Blondgetränke. Bist du Ethnien oder was? Hör auf, immer meine Ethnien zu reden, woher ich komme. Woher ich komme. Bobby, sagst du ihm irgendwas? Was selbst? Darf er so mit mir reden, dass ich Marokkaner bin, obwohl er das mit Marokkaner-Liebe statt Marokkaner-Diebe und Heimat-Liebe? Ich f*** ihm das. Ab geht's zu FM4. Bouncy ist heute eingeladen. Jula und ich, wir begleiten ihn und schauen, wie es wird. Ich bin ein großer Schuss. Mein erster Major Projektzeugen, größeres. ILDB habe ich das ganze genannt. Es ist ein komplett neuer Sound. Es ist ganz anders als Bouncy zu uns, aber es ist trotzdem immer noch dasselbe Bouncy. Neue Wives, neuer Sound. ILDB steht für Ich liebe dich Bouncy oder? Nein, fast. Fast. Es steht für Ich liebe DIR Bouncy. Okay. Das war so ein kleiner Insider von mir und einem Fan. Okay. Er hat mir das genauso geschrieben und es ist so in meinem Kopf geblieben, dass ich mir gedacht habe, das hieß es. Ich habe so einen Namen gebraucht und es hat einfach super gepasst. Perfekt. Es ist zwischen mir und meiner Fanbase so ein kleiner Insider geworden. Wir sind soweit. Es ist Mittwoch. Du Event steht an. Bevor das los geht, sind wir mit der Club Color Road. Ich bin Güttel, ich sage es ehrlich, Bruder. Ich habe auch Güttel gedrückt dieser Art. Ich bin unter vierten Uhr gefahren, ich bin 50 km. Ich war scheiße, ja, du. Bruder, sei mal live, das hört man. Ich bin Güttel, Digger, ich sage es ehrlich.